Die lebenslange Witwenrente wird abgeschafft. Eine Hammer-Nachricht, die uns da erreichte. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ich habe eine Mail bekommen eines besorgten Kunden, der teilte mir mit oder fragte an, ob ich denn wisse, ob denn die Witwenrente in Deutschland abgeschafft würde, ob die lebenslange Zahlung der Witwenrente abgeschafft wird. Und er hat mir einen Link in die Mail gesetzt und zwar auf einen Online-Zeitungsartikel. Und ich habe mir diesen Zeitungsartikel mal durchgelesen und habe dann diesem Herrn Nettes und Freundliches geschrieben, dass dieser Zeitungsartikel, dieser Online-Zeitungsartikel von einer Schweizer Zeitung stammt. Und das ist die Hammer-Nachricht. In der Schweiz wird in der Tat die lebenslange Witwenrente abgeschafft. Und zwar, ich zeige Ihnen das mal, ich habe dazu schon einen Beitrag geschrieben auf RentenBescheid24.de. Der ist am 13.12.2013 veröffentlicht worden. Die lebenslange Witwenrente wird abgeschafft, aber nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz. Ja, und dann habe ich ein bisschen was dazu geschrieben, wie das in Deutschland aussieht und dass die Witwenrente eine Unterhaltsersatzleistung ist, die durch die Träger der Rentenversicherung gezahlt wird. Denn mit der Witwenrente, und das ist der Grund, warum es diese Unterhaltsersatzleistung gibt, lebt der familienrechtliche Unterhaltsgedanke, dass sich Ehegatten gegenseitig während der Ehe Unterhaltsschulden in Form von Naturalunterhalt oder wie auch immer beidseitige Bezahlung von Mieten, beidseitige Kreditaufnahme und so weiter. Das sind alles sozusagen familienrechtliche Unterhaltsleistungen, die während der Ehe geschuldet werden. Und dieser Unterhaltsgedanke, dieser familienrechtliche Unterhaltsgedanke lebt in der Witwenrente oder Witwerrente fort. So ist es traditioneller Rechtsgrundsatz in Deutschland und deswegen gibt es auch in Deutschland eine Witwen- oder Witwerrente. Ja, und für viele, die dann vom Todesfall ihres Ehegatten betroffen sind, löst das ja oftmals eine prekäre Finanzsituation aus. Das heißt also, es fehlt Geld, es fehlt Familieneinkommen des Verstorbenen. Und die finanziellen Verpflichtungen wie Autokauf, Hausfinanzierung, dann der Unterhalt für die eigenen Kinder läuft auch weiter. Und deshalb gibt es die Zahlung der Witwen- oder Witwerrente, wenn man die entsprechenden Anspruchsvoraussetzungen erfüllt hat. Ja, meine Damen und Herren, und in der Schweiz sieht die ganze Sache nunmehr ein wenig anders aus. Und zwar gibt es eine Änderung der Rechtslage auf Grundlage oder aufgrund eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, EGMR, vom 11. Oktober 2022. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat angemahnt, dass es im Schweizer Recht eine Diskriminierung gibt zwischen Männern und Frauen. Und er hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass Männer nur befristet die Witwen-Rente bekommen. Das ist geltende Rechtslage in der Schweiz. Und Frauen eben unbefristet. Und dieser, ich vermute, es war ein Mann, der da geklagt hat. Anders kann es ja nicht sein. Der wollte also eine unbefristete Witwen-Rente haben. Der hat sich sozusagen ein Eigentor geschossen. Denn der hat nicht daran gedacht, dass der Schweizer Bundesrat oder die Schweizer Gesetzgebung nichts Besseres zu tun hatte, als die Diskriminierung in der Schweiz so aufzulösen, dass nunmehr die lebenslange Witwen-Rente für die Frau es im Grundsatz nicht mehr geben wird. Sondern in der Schweiz wird die lebenslange Witwen-Rente nur noch übergangsweise für die Leute gezahlt, die mit Änderung der Rechtslage das 55. Lebensjahr erreicht haben. Dort gibt es dann sozusagen einen Bestandsschutz. Ansonsten wird die Witwen-Rente in der Schweiz nur noch für zwei Jahre gezahlt. Sie wird länger gezahlt, wenn die Witwe oder der Witwer, da werden sie dann nach der neuen Rechtslage gleich behandelt, ein unterhaltspflichtiges Kind betreuen oder ein Kind betreuen, was das 25. Lebensjahr noch nicht erreicht hat und noch in Ausbildung ist. Meine Damen und Herren, das ist aus meiner Sicht mal ein Hammer-Urteil, eine Hammer-Entscheidung des EMRK und hat dazu geführt, dass die Schweiz sozusagen eine für Frauen günstige Rechtslage zu ihren Lasten geändert hat. Der Schweizer Gewerkschaftsverbund hat auch in einer Anhörung schriftlich mitgeteilt, dass er hier eine ganz, ganz große Gefahr sieht, denn die Änderung des Rechts in der Witwen-Rente in der Schweiz bedeutet für schwarzer Frauen einen massiven Einschnitt in deren finanzielle Absicherung. Wir wissen, die Schweiz ist sehr, sehr teuer, aber die Neuregelung betrifft vor allen Dingen Frauen, die schon generell per se aufgrund des Todesfalles ihres Mannes von Armut bedroht waren und denen wird jetzt sozusagen, wenn sie nicht unter die Übergangsvorschriften noch fallen, dann die Witwen-Rente de facto weggekürzt. Der Schweizer Bundesrat sagt, die Änderung wäre deshalb notwendig, weil sich die Lebensverhältnisse in der Schweiz geändert haben. Meine Damen und Herren, in Deutschland wäre eine solche Regelung undenkbar. In Deutschland gibt es keine Abschaffung der lebenslangen Witwen- oder Witwer-Rente. Da kann ich sie alle beruhigen, aber ich finde allemal erwähnenswert diese Hammergeschichte aus der Schweiz, dass die Schweizer dort nicht lange fackeln und den Schweizer Frauen sozusagen die Witwen-Rente wegnehmen. Sie bekommen sie nach neuer Rechtslage dann nur noch für zwei Jahre. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Näheres zum Thema gesetzliche Rente, Witwen-Rente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de oder aber auf unserem YouTube-Kanal von rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Puh!